was geht ab youtube und einen wunderschönen guten tag an zuschauer und abonnenten wir spielen heute secro 2 zusammen mit dem mc minus und den sachsen let's player das schon was machen wir formel 1 ja das ist genau meins formel 1 ich war ja das hat was durch einen rennen gefahren macht trotzdem nicht ektar bittes na das wird ja lustig an die nitro weg da hat denn da für einen hyper carl da der über die spezialisten waren aber nicht so gut kommt genauso zu uns jetzt mal der kurve zu fixen das waren die kurve fixer da der nächste gebrauch Es ist echt so. Oh, Sand. Oh, eine Burg bauen. Oh, da sind ja viele Windräder. Oh, oh. Oh, das haben wir nicht gelaufen, du. Wer ist Niki Lauder? Niki Lauder, der Verbrannte. Entschuldigung, das ist nicht respektlos gemeint. Ich weiß nur nicht, wie man es denn anders besonders beschreiben soll. Diamant Unrohr. Oder das. Entschuldigung, ist so eine Sache, wenn ich gerade höre, was Ballermann-Hits momentan so auf Platz 1 rumschwebt. Wieso? Niki Lauder. Na, wie heißt die Mutter von Niki Lauder? Mama Lauder. Wow. Jep. Fuck, mal Lauder. Jep, was geht ab? Tibel Spannermann halt. Ja. Ich weiß, es ist halt auch völlig egal, was du spielst. Oh, eine Scheiße, ey. Ist richtig. Ich bin ja um 7, ist der Pegel schon für 8, ey. Rüben sieben. Ja, ich habe um 7. Oh, schon wieder Sand. Na ja. Hallo. Wollen Sie bitte auf? Na, da stehen wir neben dem Weg. Och, aber. Das ist halt ja nichts mit Formel 1 Physik zu tun hier. Das ist ja eine Katastrophe, ey. Das ist ja eine allgemeine Katastrophe, ey. Und den Kaufen mal am besten komplett stehen bleiben. Na ja. Was du überhaupt rumkommst. Nicht gut umgesetzt, muss man wirklich sagen. Aber die Bremsen sind super, ja. Wir haben angetübt das Ende durch. Träse, ja. Hey, Kino. Ey. Komm, wir machen so ein legendäres finnisches Foto. Beide nebeneinander. Und dann machen wir beide zusammen den ersten. Hat es in Sekunden noch nie gegeben. Bis ich klicke es ohne Ende. Komm, bleib stehen. Neben mir wirst du niemals den ersten Mann. Ja. Deswegen sonst ja mal ein bisschen langer mal fahren. Ich verspreche es dir auch, dass ich das einhalte. Wir haben ein bisschen Anspruch. Wenn jetzt nicht da stehen, wird die Physiäste. Dann werden die so verwirrt. Die wird aufstehen von ihrem Stuhl. Wird total verwirrt im Zimmer rumlaufen. Wird gegen die Tür laufen. Gegen den Schrank laufen. Gegen die Wand. Wäre alles nicht so gut. Larenz, wo kommst du denn hier? Ach du, das ist der Randy. Alter. Alter, also wenn du in der Kurve noch rückst, das Ding da hat bei 300 kmh durchdrehende Räder. Äh. Wer will mir das erzählen? So ein Nonsens. Weg da. Und noch Zweiter geworden. Wie war die Kä... Ja? Ich glaube, da war das Internet wieder weg. Alter, ich wäre dich jetzt nicht Zweiter geworden, ja. Ohne Witz, Alter. In der Türingendie bist du. Hätte ich die Feeds mal eben aufgepumpt, dann wäre es losgegangen. Hätte ich aber drauf retten können. Wenn ich neun Stunden da gewesen wäre, hätte ich dich da aus dem Zimmer rausgetreten, ey. Ah, Gene, helf mir. Der Freezy ist da. Aua, 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 Gene, Gene, Aua, Aua. Das soll das Porno-Synchronist werden. So scheiße wäre. Da. Alle Teile eingebaut. Das ist noch irgendwelche für Kategorie Ugly und mit. Next. Das ist auch ein Moment. Ja, dringend. Habt ihr es oder es? Nee, der findet seinen Schadplatz wieder nicht. Ah, ja. Ganz hinten. Oh, hallo, Gene. War mir klar, war mir klar. War mir klar, war mir klar. Hab ich mitgerechnet, ist kein Problem für mich. Kann ich mit umgehen. Krieg ich easy gehandelt, das kann ich sein. Holla, wo bist du hin? Ach, du bist mit. Na komm, nicht untereinander. Was? Was machen die denn mit dir? Wiss ich auch nicht. Drecks KI, aber. Du bist den ja made, weil du selber Auto hast. Ah, da ist mir jetzt gerade zu schräg reingefahren. Da hat die Physik gerade mal gesagt, im Moment. Hier stimmt was nicht. Ich raste aus. Hier stimmt was nicht. Ich eskalier. Weil ja alle diese moderne Scheiße fahren müssen. Jetzt werdet ihr euch mal so einen schönen Oldschool-Booser wie ich geholt hättet. Dann werdet ihr auch vorne mitfahren, ey. Das ist einfach, das sind die standhaften Bullen. Der neue Scheiß da. Leckt das hier? Kann das sein? Ne. Was wurde denn hinten? Mein Motor oder was? Hey, hier läuft über. Ja. Aber der hat noch viele Retten von der Formel 1-Geschichte hier. Ein bisschen haben wir da noch. Okay. Die Runden. Ja. Ist ja relativ kurz. Ja. Die Physik ist so eine Katastrophe. Kein sehr ehrlich. Kein, der hätte ich eigentlich ein bisschen mehr erwartet, muss ich ehrlich sagen. Also der Punkt hier enttäuscht mich. Gell ja, wie andere Rennen sind. Aber das hier ist eine Nullnummer. Das hätten sich auch sparen können. Wenn sie wirklich mehr auf Street Racing noch gehen können. Ja, das ist ein bisschen, könnte ich eh bezahlen. Aber es ist da bis jetzt egal gewesen, was man gemacht hat. Nach sowas nicht, das ist nicht wahr. Ne, beim Boot, oder? Beim Boot hat er immer gut abgeschnitten. Ja, Boot ist nämlich cool. Und Monster Truck. Dann haben wir bis jetzt eins gemacht. Ne, zwei. Als wäre. Blötsch. Ja, das sind alle Sachen, da muss man nichts können, wie sie ist. Klar, dass du das... Ja, aber immer warst du da letzter. Ja, ja, klar, das ist einfach ein bisschen übergewaltigt. Ich brauche hier diese Rennbo-Oliven. Was für Oliven? Ja, ja, grüne Oliven. Grüne Oliven. Schmecken ja nicht, ne? Das ist halt echt abartig. Echt? Ja, ne, ist klar. Sieht aus wie, ich weiß auch nicht, die Eidechsenhoden oder so. Grüne Oliven mit so Mandeln drin. Also mit einer Mantel drin. Ich habe mal gesehen in so einem Glas. Grüne Oliven und dann Mantel drin. Die ist dann super. Was denn? Es ist nicht nur eine, es ist ein ganzes Glas voll, ne? Ja, ich weiß. Wow. Ne! Du hast Renn, ich hol' ihn dir. Ne, das wird nix mehr. Na gut, dann halt so. So, mit solchen Tricks kann der hier gewinnen, der merkt Manus. Da sieht jetzt wieder, so läuft das hier, überhaupt. So, wo bist du? Ja, ich baue meine Teile ein. Rivalen Event verfügbar. So schön. So, gucken wir mal. Was fehlt uns denn hier im Allgemeinen noch? Machen wir mal auf die Scheiße. Hier müssen wir unbedingt mal weitermachen. Und was denn? Diese Schnellboote da, also nicht die Großen um die Kleinen. Juhu! Herr Lama schwimmt 23 Prozent. Sorry Leute, dass mein Greenscreen ein bisschen griselig ist. Daran, dass es übelst dunkel ist bei mir hier im Zimmer. Ich habe keinen Bock, das Licht anzumachen, weil das den Raum einfach noch mehr aufheizen würde. Dass es einfach schon so warm ist. Ich habe es ja damals beim Hausbau gesagt. Keine Rotlichtlampen kaufen. Also wächst das Graut aber besser. Zeit schlagen oder was? Ja, Zeit schlagen. Weg da. Ich sehe, wie ich über den Leben gedriftet bin, Junge. Wow. Also nach hinten drücken und lenken ist komplett für den Arsch. Ich habe gerade gesehen, wie ein Bär so einen Lachs aus dem Wasser geholt hat. Was nicht? Was? Die hast du noch nie gesehen? Ja, doch, ja, 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 naja, ich... Noch in der Doku. Früher im Schulgarten, Alter. Warst du der Bär, oder was? Ja. Das ist der Bär. Aber wenn man meine Rüssel in die... ...in die... ...in die... ...in die... ...Bauwaufstüge gesteckt. Ja, ich habe schon mal erwähnt, dass ich das hasse. Oh, also das ist auch ein kackes Dingel hier, ey. Ich bin nur am Land, ey. Also das ist wirklich so doof, das Brot. Job, job. Aber ich habe hier nicht die Gesellschaft, ne, Reni? Oh, du bist bei mir, alles, la? Oh, ne, jetzt wieder hier durch. Oh, lol. Vorgabe habe ich mich beholt. Unglaublich. Pass auf, Rayleigh, der kommt. Oh, lol. Ey, ich bin am Land, ey. Unglaublich. Ich glaube, schade. Oh, Mann. Auch gestrandet? Ja, wie ein Wal. Ja, wenn du es nicht komplett verreißt und das Ding nach hinten machst, ne, der zieht ja schon durch die Kurven durch, wie es so ist. Aber... Ja, ja. Das musst du halt aber auch permanent hinbekommen. Ja. Hast du das mal in echt gesehen? Also mal hier auf YouTube mal ein Video angeguckt? Hm, wo die durch solche, ich nenn's mal, Bäche da durchschrammeln mit den Dingern. Jaja, absolut krank ist das. Das ist krank, oder? Ja, ja, ja. Also ich finde es auch. Ich finde es mega abartig. Warum warten wir eigentlich immer auf den gleichen? Wenn ihr die Vorlage schon überholt habt, dann wird das nix mehr. Hallo. Da kommt der an mit seinem Ruderboot. Alter Schwede, ey. Dem dreht Bruder. Voll. Ja, aber gut, meine lieben Freunde. Damit sind wir am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Schaut bei den anderen 2-Bofus vorbei. Und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.